Leute, ich habe Neuigkeiten für euch! Geht zur Seite, Rafario, geht zur Seite! Ich fahre in den Urlaub und ich muss euch etwas sagen! Endlich fährt Rafario mal weg! Er wird uns überhaupt nicht mehr stören! Aber ihr werdet nicht allein sein, ich habe einen Babysitter für euch! Ja, ja, okay, geht! Tschüss! Jetzt werden sie sehen, was passiert! Ich mache es in der Wurst! A few moments later... Die Mord, welchen Babysitter hat Rafario für uns? Ich weiß es nicht, Odyssee! Er hat uns zwei Buddybader geschickt, er hat uns ne Hexe geschickt, Er hat uns schon tausend Babysitters geschickt, es juckt mich schon nicht mehr! Okay, mal sehen! Oh, es klingelt schon, Odyssee! Sollen wir nachsehen, wer es ist? Komm, Odyssee, komm! Ja, wer ist denn da? Dimon, siehst du hier jemanden? Nein, lass uns rausgehen und mal nachsehen! Komm schon! Odyssee, meinst du das ist ein Prank? Ich weiß es nicht, gehen wir lieber und sehen! Komm schon, komm schon, komm! Dimon, siehst du jemanden? Nein, ich sehe hier niemanden! Das ist definitiv ein Prank! Ja, ich bin schon müde von seinem Streichen, es nervt schon einfach nur! Find ich auch, find ich auch! Oh, hab ich mir das gerade eingebildet? Ja, scheint so, als hätte ich mir das nur eingebildet! Ja, gehen wir lieber nach Hause! Ja, tolle Idee! Lass uns FIFA spielen gehen! Ich werde dich gleich einfach zerfetzen, Bro! Nur in deinen Träumen! Was ist das denn hier, Mann? Ich weiß es nicht! Aber es war vorher nicht her! Komm, Odyssee, lass uns hinten rum gehen! Komm schon! Komm, komm! Das ist echt sehr komisch, Mann! Ja, es ist das erste Mal, dass ich so viele Spielwerbel sehe! Ja, das war echt groß gewesen! Ich weiß nicht, woher es kam! Ich weiß es nicht! Hey, Leute! Ah! Wie ist der Spider-Man? Nein, ich bin Batman! Seht ihr das nicht? Was für ein Batman? Das ist der echte Spider-Man, Mann! Was? Was machst du hier, Spider-Man? Ich werde für 24 Stunden euer Babysitter sein! Ja! Das ist voll cool! Du bringst uns deine Tricks bei, oder? Und wie man Spinnennetze schießt! Und wie man Wände hochklettert! Und wie man gegen Bösewichte kämpft! Leute, lass uns erst unser Programm anschauen! Okay? Gute Idee! Komm, gehen wir! Gehen! Spiderman! Hast du gegen den grünen Goblin gekämpft? Ja! Und hast du gegen Venom gekämpft? Ich habe gegen die Typen gekämpft! Ich erzähle später! Okay, okay! Spiderman! Warte, warte! Kannst du uns ein paar deiner Tricks zeigen? Ja! Beweis uns mal, dass du der echte Spider-Man bist! Leute, Leute! Ich bin doch kein Clown der Tricks gemacht! Ich tue es, wenn ich das richtig finde! Habt ihr das verstanden? Alles klar! Wir gehen! Hey, Freunde! Ich habe gehört, ihr seid sehr böse Kinder! Nein, nein! Wir sind Engelchen! Stimmst du das hier? Ja, ja! Schieß nur ein Netz auf die Monete! Manu, wo bin ich denn? Ich werde es tun, wenn ich es für richtig halte! Okay, okay! Wie du meinst! Timon, lass uns Cola trinken! Komm! Komm, komm! Leute! Coca-Cola ist verboten! Denk nicht mal dran, Leute! Ja, ja! Was immer du sagst! Alles klar! Leute! Ich habe euch gesagt, dass Coca-Cola verboten ist! Haha! Ich habe euch auch gesagt, dass es verboten ist! Hast du es gesehen und es sehen? Ja, ich habe es gesehen! Das war ja voll cool! Hey, Leute! Es ist endlich an der Zeit für ein Outdoor-Training! Folgt mir! Ich werde euch Tricks beibringen! Cool! Und die Monen beginnen auch wie Spiderman werden! Ja, voll cool! Lass uns nachsehen! Los! Ich werde euch beibringen, wie man Parkour macht! Ja, voll cool! Das war eure erste Lektion! Cool! Aber willst du uns nur das zeigen? Also, ja! Wir wollen lernen, wie man in Wensen hochklettert! Ha! So, Leute! Ihr lernt erstmal die einfachen Sachen und dann fangen wir mit die schweren Sachen an! Okay, okay! Ich fange an! Bravo, Lissi! Guter Versuch! Dimon, jetzt bist du aber dran! Ich werde es nicht tun! Ich will doch die Wand hochklettern! So, nicht schlimm, Dimon! Lass uns erstmal weitermachen! Okay! So, Leute! Seht ihr diese Coca-Cola? Ja, wir sehen sie! Ah, ganz einfach! Warum? Warum funktioniert das nicht? Hahaha! Du hast vergessen, Dimon ein Netz schießt! Hahaha! Hey! Das ist überhaupt nicht lustig! Hier, geht da! Okay, Spider-Man! Ich habe es verstanden! Okay! Machen wir mit der nächsten Lektion weiter! Hey, Jungs! Seht ihr den Hund da oben? Das ist die schwierigste Lektion von heute! Ihr sollt ihn jetzt retten! Mal schauen, wer von euch der Besser ist! Ah! Das ist ganz einfach! So, erstmal viel Glück, Leute! Und los geht's! Haha! Ich habe euch die schwierigste Aufgabe gegeben! Und wir werden jetzt sehen, ob ihr überhaupt diese Aufgabe schafft! Das ist das Schwerste! Das richtig Schwerste! Es gibt nichts Schwereres! Komm schon! Wir sollten im Team arbeiten! Okay, ich versuche! Komm schon! Komm schon! Haha! Sie wollen Spider-Man sein! Aber es ist wirklich schwer! Ich bin der Einzige! Mal sehen, was Sie jetzt machen können! Ja? Haha! Ich warte! Ich warte! Geschafft! Wie denn? Hey, Spidey! Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Teamwork! Ja! Und wir wollen wirklich wie du sein! Und gegen Captain America kämpfen! Haha! Das habe ich nicht erwartet! Also gut, Leute! Gehen wir etwas essen! Gehen wir essen? Ja! Lasst uns essen! Das Spider-Mans beste Essen! Komm schon! Odessey! Was werden wir essen? Ich glaube, eine Suppe! Nein! Das glaube ich nicht! Spider-Man isst doch nur Gemüse und Obst! Das weißt du! Freunde! Wer ist euer Lieblings-Superheld? Schreibt das unten in die Kommentare! Mein Lieblings-Superheld ist Spider-Man! Und wenn euer Lieblings-Superheld auch Spider-Man ist, dann setzt uns ein Like und abonniert uns! Dann seht ihr unsere Videos immer als Erste! Also Leute! Probiert jetzt mal bitte mein Spillennetz! Spillennetz? Sind die überhaupt essbar? Es ist mein bestes Rezept! Lasst es es probieren! Mh! Schmeckt echt noch gar nichts! Mh! Das schmeckt gut! Cool? Das schmeckt doch nach nichts! Erst erst, Leute! Es ist sehr lecker! Aber ich sage dir, Dämon! Ich fühle mich nicht viel stärken, nachdem ich es gegessen habe! Wie Spider-Man! Ah! Was immer du sagst! Ah! 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 Dämon! Ich glaube, ich habe ihn getötet! Bravo! Odessey! Ich danke dir sehr! Gott sei Dank! Was? Habt ihr meine Spinnen getötet? Hä? Ah! 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 Was? Was ist mit ihm los, Dämon? Odessey! Wir haben seine Spinnen getötet! Und er ist bald daran! Er liebt doch Spinnen! Mano, Dämon! Du hast aber recht! Oh! Entschuldigung! Entschuldigung! Wir gehen lieber nach oben! Da haben wir oben was zu tun! Ja! Haha! Entschuldigung! 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 Haha! Ihr habt mich wirklich verärgert! Ihr werdet bestraft! Ihr werdet in eine Spinnen entschlafen! Ja! Was immer sie sagen! Ja! Aber bitte töte uns nicht! Wie auch immer! Ich gehe nach oben und ruhe mich aus! Ihr seid unverschämte Mängel! Ich habe genug für euch! Ha! Ha! Ich versuche ein bisschen zu schlafen! Vielleicht entspanne ich mich! Ha! Gut! Odessey, Odessey! Jetzt wo der böse Spider-Man weg ist, müssen wir uns irgendwie befreien! Ja, ja! Aber wir kommen sie frei! Sag mir! Also, Odessey! Auf drei springen wir hoch und versuchen es zu zerleißen! Ja, ja, ja! Alles klar! Eins, zwei, drei! Los, komm! Drei! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Dimon, hilf mir! Ich habe mich gehetet! Komm schon, komm schon! Also, das geht mit hier! Also, komm schon! Komm! Los, du bist frei! Also, was sollen wir jetzt noch machen? Wollen wir laufen? Nein! Nein! Nein, Dimon! Diese kleine schwarze Spine bekommt eine! Äh, wie meinst du das denn? Wir werden ihm einen Streich spielen, dass er danach bestimmt wegläuft! Aber Odessey, das ist sehr gefährlich! Keine Sorge, Dimon! Wenn du willst, kannst du mir folgen! Okay, gehen wir, gehen wir! Ich mach mit! Lass uns mal mit! Komm! Ich glaube, Spider-Man entspannt sich hier! Mach die Tür auf! Lass uns nachsehen! Mach sie langsam auf! Komm! Los! Oh! Er ist hier! Oh! Also, Dimon, da er schläft, ist es die Zeit, Fallen für ihn zu machen! Sag mir mal, was ist die erste Falle, die du dir ausgedacht hast? Wir sollten Zahnpasta auf die Zuglinke schmieren! Aber wozu, Odessey? Wenn er aufwacht und die Klinke berührt, wird er wütend und wird uns jagen! Okay, Odessey, aber was sollen wir damit tun? Das willst du schon sehen! Du willst sehen! Oh, Odessey! Ich halte es für eine echt schlechte Idee! Das ist eher der Anfang! Lass uns nach unten gehen und noch ein paar Streiche machen! Okay, dann komm, lass uns gehen! Folg mir! Wenn er uns jagen wird, wird hier eine Bananenschale liegen und er wird ausrutschen! Ja! Voll die gute Idee! Toll! Wir legen sich hier hin und wenn er hinfällt und ohnmächtig wird, schmeißen wir ihn aus dem Haus! Ja, Odessey! Er ist Spider-Man! Und falls er nicht ohnmächtig wird? Ich habe eine Idee! Ein Spray, das Spinnen dürtet! Wow! Odessey! Bravo! Seht ihr wie schlau Odesseys? Das wusste ich gar nicht! Also toll! Also machen wir es dann! Lass uns ihn rufen! Los, los, los! Spider-Man! Hilfe! 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 Was ist los? Wer ruft mich denn da? Was wollen diese Idioten von mir? Irgendwas stimmt hier nicht! Ich spüre Gefahr von dieser Tür! Ich kann es spüren! Ich kann es spüren! Was könnten sich diese Idioten noch ausgedacht haben? Hahaha! Ich spüre hier die Gefahr! Haha! Die halten mich wohl für ein kleines Kind, oder? Haha! Sie wissen nicht, mit welchem Superhelden sie sich angelegt haben! Hahaha! Kleine Dummköpfe! Hahaha! Hahahaha! Odessey! Komm! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt! Toll! Ich gehe schon! Ich wünsch dir viel Glückfroh! Hm! Ich fange euch! Und fresse euch! Hahaha! Spiderman! Haha! Haha! Schau, was ich habe! Hä? Hä? Oh mein Gott! Was ist das denn? Bis dann, Spiderman! Hahaha! Wir landen! Ah! Ich bin raus! Ich geh weg! Ich geh weg! Fertig! Ich geh weg! Ich geh weg! Ah! Er verzieht sich! Er verzieht sich! Er geht weg! Alles gut! Wir haben ihn rausgeworfen! Bravo, der Seele! Deine Methode hat funktioniert! Heute spielen wir im Verstecken in die neuen BlaBla Toys Geschäfte! Und ich suche euch! Versteckt euch! Kommt raus! Kommt raus! Ah! Ah! Leute, schaut mal, wie cool diese neuen Spielzeuge sind! In BlaBla Toys! Wo kann ich mich jetzt verstecken? Ich habe eine Idee! Genau hier! Hier! Hier wird mich unbedingt niemand finden! Wo soll ich mich verstecken? Mein Magen! Wo ist die Toilette? Mein Bauch! Oh! Freunde! Ich geh jetzt auf die Toilette und dann verstecke ich mich denn! Mein Bauch tut ganz schön weh! Oh! Oh! Ich habe gerade eine wirklich gute Idee! Ich würde mich auf die Toilette verstecken! Einfach auf der Toilette sitzen und gewinne! 35, 36, 37, Freunde, vergisst nicht, der Letzte, den ich finde, gewinnt 1000 Euro. 40, 41, 42. Freunde, weil ich die Glückste von allen bin und weil ich ein Mädchen bin, habe ich den besten Platz zum Verstecken gefunden. Seht mal. Ich verstecke mich genau hier in einem sicheren Ort. Ich setze mich hin und gewinne 1000 Euro. Freunde, ich habe einen guten Platz zum Verstecken gefunden. Ich verstecke mich hinter den Regalen von GL Show. Und bald werden wir auch T-Shirts, Tassen, Terrorkassen herausbringen. Und jetzt verstecken wir uns. Seid leise. Freunde, was für ein Auto. Das ist der coolste Lamborghini aller Zeiten. Und es gibt hier so viele coole Autos. Gehen wir hinein und sehen wir uns an, wie es funktioniert. Gut, es ist anders, ein Gas zu geben. Oh mein Gott, ich habe es gestoßen. Ich kann nicht weiter. Ich muss mich sogar verstecken. Ich muss mich sehr schnell verstecken. Oh mein Gott, ich habe einen guten Platz gefunden. Ich werde mich hier drin verstecken. Also, das raus und ich komme rein. Das schließe ich ab und bis bald. Ich weiß, dass das ein Junge ist, wird er bestimmt nicht bei den Mädchenspielsorgen nach mir suchen. Also werde ich mich hier verstecken. Ich steige hier hinein. Und jetzt decke ich mich mit den Boxen und gewinne ganz gewiss 1.000 Euro. Oh Freunde, schaut mal, was für coole Fähre es hier gibt. Sie sind für jedes Alter. Wo soll ich mich verstecken? Oh Freunde, seht euch das Skateboard an. Schaut mal, Freunde, wie cool es von unten ist. Also gut, Freunde, ich fahre lieber ein bisschen. Was? Skateboarding ist nicht für mich. Ich verstecke mich, liebe. Oh, großartig, Freunde. Ich verstecke mich hier und ich gewinne ganz sicher. Ich werde ganz still sitzen. 98, 99, 100. Wer hinter mir ist, links, rechts und so weiter, hat verloren. Hehe, ich gehe sie suchen. Wow, was für ein Merch. Freunde, sehr cool. Ich habe eine Idee. Ich nehme die Nerf und wenn ich jemanden finde, schieße ich damit. Und so, ich nehme das hier. Das hier und ich schieße alle. Lasst uns das aufpacken. Ah, ja, los geht's. Stopp, stopp, stopp. Wo sind sie alle? Wo könnten sie denn sein? Ich hoffe, er wird mich nicht finden. Oh, ich habe was gehört. Jemand hat mir etwas geflüstert. Wer ist da? Wer ist da? Hey. Bist du dumm? So etwas stand nicht in den Röbeln. Das ist nicht erlaubt. Haha. Steh doch endlich auf. Ich habe dich geboren, mein Baby. Hey, alle Regen sah wir da, um sie zu brechen, Junge. Ja, natürlich, für Unglück. Freunde, ich höre die Schritte von jemandem. Was muss das sein? Wo sind sie denn? Wo sind sie, die toten Kinder? Freunde, er ist gerade an mir vorbeigegangen. Ich denke, dies ist ein gefährlicher Ort. Ich verstecke mich lieber woanders. Ich rieche, ich rieche ein Furz. Aber ich weiß nicht, woher. Woher kommt er kommen? Logisch von der Seite der Jungen. Gehen wir dorthin. Ich wusste, dass er nicht in den Mädchenabteilungen schauen würde. Oh, Freunde, schaut mal. Schieß. Ey, Armin Kappies. Sie sind wirklich cool. Bald, Freunde, in Blabla Toys werden unsere Sachen zu finden sein. Solche Kappies hier, diese Tassen, noch diese T-Shirts, Thermoskan und viele andere Sachen. Sie werden nur in Blabla Toys zu finden sein. In allen Blabla Toys geschickt. Und natürlich auf der Website. Kurz gesagt, ich muss sie finden. Oh, wie ist das runtergefallen, Freunde? Vielleicht war es ein Gespenst. Lass mal schauen, lass mal schauen. Oh, 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 oh. Ah, ah, okay, okay. Sotiris, ich hab dich gefunden. Ah, du alter Nerds, Sotiris, gib mir die Kappie. Du, G-Ar-I-Kappie. Ich hab dich gefunden. Mach's gut, los. Mann, Freunde, er hat meine Lieblings-Happe mitgenommen. Dann nehme ich einfach die G-Ar-I-Tassi und geh. Oh, Basketball, Freunde. Er spielt Basketball direkt vor mir. Ich kriege langsam Bauchschmerzen. Oh, wer hat gefurzt? Odyssee oder Nessis? Wer ist da drin? Komm raus, oder ich schieße? Okay, okay, ich komme raus. Das war echt. Aha, du Trottel. Und also auch ein Furzer. Bestrafung. Oh, oh, oh. Das ist ja. Oh, oh. Und deshalb musste ich jetzt ganz still sitzen. Er ist hier in Gewohn. Ha, 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 ha. Es muss jemand hier sein. Es ist definitiv jemand hier. Ich weiß es nicht, Freunde, aber ich habe eine verrückte Challenge für euch. Ihr habt fünf Sekunden Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren. Ich sehe, eins, zwei, drei, vier und fünf. Wer abonniert hat, der ist sehr, sehr cool. Ist das bitte nicht. Komm raus, da. Komm raus, du Trottel. Komm raus. Was willst du, Stas? Lass mich im Leben. Gib mir noch eine Chance. Das hier ich auch nicht sehe. Oh, Mann, das hat wirklich wehgetan. Ja, komm schon. Tschüss. Niemand legt sich mit G.L. Army an. Ach, Freunde, ich komme. Stas hat schon zwei, drei Leute gefunden. Ich muss noch ein bisschen warten, um 1.000 Euro zu gewinnen. Freunde, gut, dass Stas nicht da ist. Ich kann machen, was ich will. Er ist nach unten gegangen, um die anderen zu suchen. Niemand wird mich finden. Ich bin Siebke Luxte und ich gewinne 1.000 Euro. Dann bleiben noch Kiki, Anestes und Rafario. Wo könnten sie denn sein? Huh, huh, huh. Ich habe was gehört. Stas kommt. Ich rieche etwas Mädchenhaftes. Kiki, bist du hier irgendwo? Ich lasse etwas auf ihn fallen. Wer hat das gemacht? Es ist Diby, die verletzt ist. Anestes, ich finde dich. Freunde, ich bin nicht Anestes, aber ich muss mich schnell verstecken. Da ist jemand vorbeigegrannt. Wer war das? Wer war das? Freunde, ich stelle jetzt eine Falle für Kiki. Ah, Kiki, was tut das? Jetzt kriegst du eine. Ah, Manos, das. Warum schießt du? Das tut weh. Das, was du gemacht hast, das hat dir gar nicht weh getan. Hey, das tut weh. Hey, hey. Ziu. Oh, ich höre jemand schnarchen. Woher könnte es kommen? Ah, da. Oh, oh. Ah, oh. Ah, ah. Wer bist du? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Easy peasy, Lemon squeezy. Schläfst du doch, loser? Aber Freunde, mein Bauch, das war sehr unerwartet. Opa, ich habe Anestes gefunden. Ich habe auch die See, Kostas, Nikita, Sortires, Kiki. Rafaru hat gewonnen. Rafaru hat gewonnen. Ja, ah, 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 ah. Ich habe gewonnen, gewonnen, gewonnen. Schieß, das ist mir egal. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Okay, Rafaru, du hast gewonnen. Aber du hättest mich nicht erschrecken sollen. Was ist das los? Lass uns Schere, Stein, Papier spielen. Und der Gewinner bekommt einen großen Pool und 1.000 Euro. Und der Verlierer bekommt einen kleinen Pool und 10 Euro. Komm schon, los. Schere, Stein, Papier. So muss das sein, Leute. Uh, los geht's. Ich habe ein Wohl gewonnen und 1.000 Euro. Okay, ich denke, das ist keine große Sache. Nun wollen wir sehen, welche Pools wir haben. Das hier, Leute, das ist mein ganzer Pool und ihr gehört nur mir. Und ich habe noch 1.000 Euro zum Ausgeben. Ich werde eine riesige Party machen. Ich werde Bälle, Schwimmmatratzen, Leute, Essen und Gedenke kaufen. Ich werde mich prächtig amüsieren. Ey, Leute. Sieht mal, was ich habe. So ein kleiner Pool. Ich passe da ja kaum rein. Was soll ich damit machen? Dieser Pool ist für ein kleines Kind oder was? Schaut mal, Leute. Ich passe hier gar nicht rein. Wie soll ich denn schwimmen? Das ist nicht fair. Das ist sehr, sehr schlimm. Leute, was geht bei euch? Ich habe mein ganzes Geld für 1.000 Bälle ausgegeben. Und ich werde sie jetzt alle in den verdammten Pool schneidern. Außerdem, Leute, habe ich mit diesem Geld eine Menge Schwimmatzen gekauft. Das hier ist mein Einhorn. Und ich kann darauf rumschwimmen, so viel ich will. Und hier habe ich noch ein Stückchen Pizza, Leute. Die schmeiße ich jetzt auch rein. Ich bin nicht hungrig, aber später essen wir. Und hier, Leute, habe ich sogar ein Flamingo. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein bisschen schlafen. Und hier habe ich ein kleines Boot, Leute. Ich werde ein Käpt'n sein. Und außerdem, Leute, habe ich hier ein Donut und eine Wassermelone. Was mögt ihr lieber? Den Donut oder die Wassermelone? Ich mag sie meine. Weil heute Abend werden wir feiern. Und natürlich habe ich das Geld. Und natürlich habe ich hier auch eine Hüpfbock. Die kommt natürlich auch rein. Und das Allerwichtigste, Leute. Ich habe eine Wasserrutsche. Zieht euch das rein. Ich bin bereit für die Party. Jetzt warten wir auf unsere Freunde. Also, lass uns schon mal schwimmen gehen. Leute, es gibt ein Problem. Es ist kein Wasser im Pool. Ich muss jetzt Dimon bitten. Dimon, gib mir bitte etwas Wasser. Alter, Stars, nimm etwas Wasser. Aber nicht zu viel. Vergiss nicht, ich bin hier reich. Und du bist ein kleiner, armer Schlucker. Okay, Dimon, okay. Natürlich höre ich nicht auf ihn. Ich nehme so viel Wasser, wie viel ich brauche. Ich rufe jetzt all meine Freunde. Sie sollen sich alle entspannen. Ich glaube, dass echte Freunde zu mir kommen. Nicht nur zu Dimon wegen seinem Geld. Sie kommen alle zu mir. Das sage ich euch. A few moments later. Oh, wie geht es dir? Hey, wollt ihr mich sehen, Leute? Ich freue mich sehr, ja. Leute, was meint ihr? Sollen wir zu Starspool oder zu Dimon's Pool gehen? Zu Dimon's? Natürlich zu Dimon's, ja. Zu Dimon, zu Dimon. Leute, wo wollt ihr hin? Ihr seid doch meine Freunde. Wieso zu Dimon's? Was ist das für ein Pool? Es ist so klein. Nein, sieh dir Dimon's Pool an. Wollen wir schwimmen gehen? Los geht's. Komm schon, komm schon. Wunderbar. Was ist los bei dir, Stars? Bist du eifersüchtig oder was? Sieh mal, was ich für einen Pool habe. Zieh dir meine Mannschaft rein. Das sind doch keine Freunde. Das sind Ratten. Sie haben mich für Geld verraten. Okay, du hast etwas mehr Geld als ich. Aber mir geht es gut in meinem Pool. Und ich bin überhaupt nicht neidisch, Mann. Okay, okay, Stars. Wie du meinst, ich gehe jetzt los, um mich auf meiner Party zu amüsieren. Auf unserer Party. No GL Army, Leute. Und vergesst nicht zur Abonnierung, um so wie ich erfahre zu werden. No GL Army, das Leben ist eine tolle Sache. Leute, Leute. Eine Party ohne Musik? Das ist doch einfach unmöglich, Mann. Ich habe einen Lautspieler mitgebracht. Die Party geht mit uns nicht weiter. Los geht's. Auf geht's. Oh, Freunde, es sieht mich an. Ich passe kaum hier rein. Aber ich werde trotzdem eine eigene Party machen. Ich beneine sie nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Los geht's. Los geht's. Es ist Scum, Leute. Es ist Scum. Leute, ich bin hier der King. Und das ist mein Schloss. Was machst du da? Ey, ey, du. Ja, was machst du da? Was ich will, das mache ich auch, ihr Loser. Neidisch? Du bist neidisch, weil ich meine Zeit besser verbringe als du. Eins, zwei, drei. Das Leben ist schön, Leute. No GL Army. Okay, Leute. Vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Aber jetzt werde ich mir einen Cocktail machen. Eigentlich aufs Wasser. Aber ich werde allen erzählen, dass es ein echter Cocktail ist, weil ich eigentlich kein Geld habe. Nur 10 Euro. Was für ein leckerer Cocktail. Seid nicht neidisch, Leute. Ach, die haben sogar eine Rutsche. Komm schon, Leute. Komm schon. Jetzt du bist dran. Ich bin Raffario. Eins, zwei, drei. Fantastisch. Fantastisch. Ja, ja, ja. Party. Party. Ach, die rutschen von einer Rutsche. Und ich habe da eine Rutsche aus Plastik. Diese hier. Ich habe es gebraucht gekauft für 5 Euro. 5 Euro für das Schwimmbad. 5 Euro für die Rutsche. Ja, das ist wenig Geld. Aber ich will rutschen, Leute. Es geht kaputt. Leute, meine Rutsche ist kaputt. Ach, das ist eine schlechte Rutsche. Miese Rutsche. Ich bleibe einfach im Pool sitzen. Ich alleine. Ich werde mich auf eine andere Wald abkühlen. Hey, Leute, schaut mal. Das macht sich selbst nass. Lasst uns helfen. Ja, komm schon. Aufhören, aufhören. Aufhören, aufhören. Hört auf, hört auf. Seid ihr menschliche Tiere, Leute. Im Grunde genommen ist das. Sind wir alle Menschen Tiere. Ich hasse euch alle. Hört auf, ihr Würmer. Leute, ich habe eine wunderbare Idee. Wir machen eine Challenge. Und zwar, wer am besten tauchen kann, gewinnt 1.000 Euro. Oh, Leute, ich bin dabei. Ja, ich mache gerne mit. Fantastisch, großartig, super. Also, Leute, seid ihr bereit? Ja, bereit. Und ich bin bereit, Simon. Ich werde auch tauchen. Ja, ist das. Du kannst auch tauchen. Aber dein Pool, du Opfer. Okay, gut. Ich werde meinen Pool selber springen. Nur so kann ich mir in den Kopf stoßen. Ich werde also so tauchen, Leute. Schaut zu. Ich habe gewonnen, gewonnen. Ja, das glaube ich nicht. Also, Leute, ich springe zuerst. Los geht's. Ja, super, springen. Ja, jetzt ich. Eins, zwei, drei. Leute, schreibt in die Kommentare, wer eurer Meinung nach am besten in den Pool eingetaucht ist und ich will ihm das Geld jetzt geben. Ich, ich habe gewonnen, Leute. Schreibt in die Kommentare, dass ich gewonnen habe. Habt ihr kein Mitleid mit mir? Ich sitze in einem kleinen Pool. Ich habe gar nichts. Keine Freunde. Ich habe es doch verdient. One hour later. Boah. Leute, ich habe eine geile Challenge für euch. Wer die Challenge gewinnt, gewinnt auch mein Cocktail, Leute. Ich, ich, ja, sag uns mal. Was für eine Challenge werden wir haben? Ey, Kinder, ihr werdet diese zwei Schwerter haben, ihr werdet in meinem kleinen Pool stehen und natürlich festen, Leute. Wer aus dem Pool aussteigt, verliert. Und wer gewinnt, der bekommt meinen super leckeren Cocktail. Oh, großartig. Ja, ich mache mit. Die Schlacht um ein Cocktail kann beginnen. Und los. Na los. Auf dem Spiel. Ja. Odyssee, du bekommst meinen leckeren Cocktail. Du bist mir. Ich will das trinken. Na, schmeckst du, Junge? Schmeckst lecker, lecker. Äh, was hast du gemacht? Waren. Es ist nur Wasser. Das ist kein Cocktail. Du bist so ein Schummler. Du Stas. Wenn du meinen Cocktail nicht magst, dann los, verpiss dich. Legt ihr euch mit Papas Tasse an? Legt ihr euch mit Papas Tasse an? Nein, niemand legt sich mit Papas Tasse an. Leute, ich wollte diese Challenge machen, damit wir ein bisschen lachen können. Und ihr nehmt mich alle auf den Arm. Niemand mag mich. A few minutes later. Leute, schaut mal, was ich hier habe. Also, lasst uns jetzt alle Coca-Cola trinken. Hier. Weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, wo ist die Coca-Cola? Was steht mit den Bänden rum? Gebt mir auch eine leckere Coca-Cola. Ihr Geizhelde. Ich will auch trinken. Ich bin durstig. Okay, okay, okay. Stas will eine Cola. Und ich schlage vor, wir spielen einen Streich, Leute. Tolle Idee. Ja, Leute, sehr gute Idee. Komm schon, lass sie ein bisschen schütteln. Noch stärker. Wenn ihr sie öffnet, dann wirst du eine fette Explosion geben. Fantastisch. Großartig, Leute. Und jetzt lasst uns Stas diese Coca-Cola geben. Stas, ich komme. Stas, mein lieber Bruder. Du wolltest eine Coca-Cola. Hier hast du eine. Ah, Dimon. Du bist der beste Bruder, Alter. Vielen Dank für die Cola. Ich werde sie jetzt gleich aufmachen. Stas, schau mal, du hast in Coca-Cola gebadet. Das ist überhaupt nicht lustig, Dimon. Du bist ein richtiger Gauner. Du bist der aller schlimmste Bruder aller Zeiten. Ja, Stas, du hast recht. Ich bin der schlimmste Bruder aller Zeiten. Aber ich bin reich. Ja, du findest das lustig. Leute, habt ihr nicht auch Bock auf Pizza? Ja! Ich habe euch ein Pizza bestellt. Pizza, 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 Pizza. Das lieben ich dir. Ja, ja, ich will auch eine Pizza. Ach, tust das. Kauf dir mit dein eigenes Geld eine Pizza. Ich habe vergessen, du hast ja gar kein Geld. Hier, Leute. Ihr seid überhaupt nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Also, lasst uns Pizza essen. Leute, Leute, ich will euch ein, bitte. Ich bitte wirklich ein kleines Stückchen Pizza. Ich bin hungrig, hungrig. Mein Bauch tut weh. Ich fühle mich nicht wohl. Bitte, ich will ein Stück Pizza. Warum geben wir ihm nicht eine Pizza? Okay, Rafario. Hier, Stas, diese Pizza ist für dich. Bitte. Komm schon. Komm, Rafario, gib mir ein Stück Pizza. Pizza, meine Pizza. Ihr seid alle Verräter. Ich spiele mit euch nicht mehr. Ich mag euch nicht. Ich hasse euch. Ich hasse euch, Leute. Weg, ich geh weg. Ich hau ab. Ich geh von euch weg. Basta. Leute, das ist verloren. Aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Gebt Party, geht weiter. Gebt weiter. Ah, 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 ah.